Ja hallo, willkommen zurück bei mir beim Verzetteler und jetzt gibt es die zweite Lesung zu Heer der Fliegen von Wilhelm Golding von mir, beziehungsweise den zweiten Teil der versuchten Lesung, der auch hoffentlich relativ gelungenen Lesung. Ich mache mal sofort weiter. Dann plumpste einer der Jungen mit dem Gesicht voran in den Sand und die Reihe brach auseinander. Sie wuchteten den umgefallenen Jungen auf die Rampe und ließen ihn dort liegen. Meredith starrte sie an und versuchte zu retten, was zu retten war. Also gut, setzt euch, lasst ihn in Ruhe. Aber Meredith, der kippt doch ständig aus den Latschen von Meredith fort. Auf Gibreiter und den Addis Abeba auch. Und bei der Morgenandache ist er über den Kantor gefallen. Bei dieser letzten abfälligen Bemerkung kicherten die Chormitglieder, die sich wie schwarze Vögel auf den übereinanderliegenden Stämmen verteilt hatten und Ralph voller Interesse bedeugten. Piggy fragte keinen von ihnen nach dem Namen. Diese uniformierten der Überlegenheit und die beiläufige Autorität in Merediths Stimme schüchterten ihn ein. Er stellte sich neben Ralph und beschenkte sie ihm mit seiner Brille. Äh, was? Er stellte sich neben Ralph und beschäftigte sie ihm mit seiner Brille. Meredith wandte sich an Ralph. Gibt es denn keine Erwachsenen? Nein. Meredith setzte sich auf einen Stamm und sah sich in der Runde um. Dann werden wir uns wohl um uns selbst kümmern müssen. Piggy, der sich auf Ralfs andere Seite sicher fühlte, sprach verschüchtert. Dafür hat Ralph hier eine Versammlung einberufen, damit wir entscheiden können, was zu tun ist. Wir kennen jetzt ein paar Namen. Das da ist Johnny. Die beiden da. Das sind Zwillinge. Sam und Eric. Wer ist denn Eric? Du? Nein. Du bist Sam. Ich bin Sam. Und ich Eric. Wir sollten besser alle Namen kennen, meinte Ralph. Also, ich bin Ralph. Die meisten wissen wir schon. Die meisten wissen wir schon, sagte Piggy. Habe ich gerade abgefragt. Kindernamen entgegnete Meredith. Warum sollte ich denn Jack sein? Ich bin Meredith. Ralph drehte sich schnell zu ihm um. Das war die Stimme von einem, der wusste, was er wollte. Dann, fuhr Piggy fort, dann ist da noch der Junge. Ich hab's vergessen. Er heißt nicht Fettsack, rief Ralph. Er heißt Piggy. Piggy, Piggy, oh Piggy. Ein Sturmgelächter brach aus und selbst die Kleinsten fielen mit ein. Die Jungs bitteten einen geschlossenen, harmonischen Kreis. Nur Piggy war außerhalb. Er lief rot an, senkte den Kopf und putzte erneut seine Brille. Schließlich versiegte das Gelächter und die Namensnennung ging weiter. Da war Maurice, der zweitgrößte der Chorknaben, neben Jack, stämmig und dauergrinsend. Da war ein schmächtiger, verstohlener Junge, den keiner kannte, der sich in einem inneren Zwang des Vermeidens und der Heimlichkeit abseits hielt. Er murmelte, sein Name sei Roger und verstummte wieder. Bill Robert Harold Henry, der Chorknabe, der ohnmächtig gewesen war, saß an eine Palme abgelehnt da, lächelte Ralph blass an und sagte, er heiße Simon. Jack sprach, wir müssen entscheiden, was wir für unsere Rettung tun. Es gab Gemurmel. Er wollte nach Hause, sagte Henry, einer der kleineren Jungen. Halt den Mund, meinte Ralph beiläufig. Er hob das Muschelhorn. Ich finde, wir brauchen einen Anführer, einen, der entscheidet. Ein Anführer, ein Anführer. Das übernehme ich, stellte Jack überheblich fest. Ich bin Chorist im Domkapitel und Schülersprecher. Ich kann ein, ähm, ich kann ein Cis singen. Wieder gemurmel. Also gut, meinte Jack. Ich erzögerte. Roger, der dunkle Junge, rührte sich und sprach. Wir stimmen darüber ab. Ja, abstimmen, wer Anführer ist. Lasst uns abstimmen. Diese Abstimmung erfließt sich als ein fast ebenso unterhaltsames Spielzeug wie die Muschel. Jack wollte schon protestieren, aber die lautesten Forderungen wechselten von dem allgemeinen Wunsch nach einem Anführer dazu über, Ralph direkt auszurufen. Keiner der Jungs hätte einen guten Kron dafür nennen können. Piggy hatte am meisten Intelligenz bewiesen, Jack war der offenkundigste Anführer. Aber an Ralph, der da saß, war eine Ruhe, die ihn von den anderen abhob. Seine Größe, sein gutes Aussehen. Vor allem aber hätte er das Muschelhorn, auch wenn das niemand direkt ins Auge fiel. Wer damit trompetet hatte, wer mit dem zarten Ding auf den Knien auf sie gewartet hatte, hob sich von ihnen ab. Er mit der Muschel. Ralph, Ralph, der da mit dem Trompeten-Dinger soll Anführer sein. Ralph hob seine Hand und bat in Ruhe. Also gut. Wer will Jack als Anführer? Lustlos, gehorsam hob der Chor die Hände. Wer will mich? Augenblicklich hoben sich alle anderen Hände, nur die von Piggy nicht. Dann reckte auch er wieder willig die Hand. Ralph zählte. Also ich bin Anführer. Der Kreis der Jungs applaudierte. Auch der Chor klatschte mit. Die Sommersprossen auf Jacks Gesicht verschwanden in dem vor Demütigung rot anlaufenden Gesicht. Er stand auf, entschied sich dann aber anders und setzte sich noch unter dem Applaus wieder hin. Ralph, eifrig darum bemüht, ihm etwas anzubieten, sah ihn an. Der Chor gehört natürlich dir. Er könnte die Armee sein oder die Jäger oder... Die Farbe wich wieder aus Jacks Gesicht. Ralph bat erneut mit einer Handbewegung um Ruhe. Jack kommandiert den Chor. Sie können... Was sollen sie sein? Jäger. Jack und Ralph grinsten sich mit schüchterner Zuneigung an. Die anderen unterhielten sich rege. Jack stand auf. Also gut, Chor. Klamotten aus. Die Chorknaben standen auf, als sei die Stunde zu Ende. Sie schnatterten und schleuderten ihre Umhänge ins Gras. Jack legte seinen Umhang auf dem Baumstamm neben Ralph. Seine grauen Shorts krebten vor Schweiß. Ralph musterte sie bewundernd und als Jack den Blick bemerkte, erklärte er, ich wollte gerade über den Hügel da steigen, um zu sehen, ob rundherum Wasser ist. Da hat uns deine Muschel gerufen. Ralph lächelte und trägte um Ruhe bittend das Muschelhorn in die Höhe. Alle mal herhören. Ich brauche Zeit zum Nachdenken. Ich kann nicht einfach so entscheiden, was zu tun ist. Wenn das hier keine Insel ist, dann werden wir vielleicht ganz schnell gerettet. Wir müssen also herausfinden, ob das hier eine Insel ist. Alle bleiben hier und warten und gehen nicht weg. Drei von uns, nicht mehr, sonst kommen wir nur durcheinander und verlieren uns unterwegs aus den Augen. Drei von uns gehen auf eine Expedition und finden es heraus. Ich hier, Jack und und. Er sah sich im Kreis der eifrigen Gesichter um. Es mangelte nicht an Jungs, aus denen er auswählen konnte. Und Simon. Die Jungs rings um Simon kicherten. Er stand auf und lachte ein wenig. Seine Leichenblässe war verflogen. Er war ein dürrer, liebhafter kleiner Junge und linste unter einem Dach glatter, zerzauster, schwarzer Haare hervor. Ich komme mit. Ich auch. Jack griff hinter sich, zückte ein beeindruckendes Fadenmesser und pfefferte es in einen Baum. Das Gemurmel wurde lauter und verging wieder. Piggy rührte sich. Ich komme mit. Ralf drehte sich zu ihm um. Bei so einer Aufgabe kann ich dich nicht gebrauchen. Trotzdem. Wir wollen dich nicht, sagte Jack rundheraus. Drei reichen. Piggys Brille blitzte auf. Ich war bei ihm, als er die Musche gefunden hat. Ich war als erster bei ihm, vor allen anderen. Jack und die anderen beachteten ihn nicht. Die Kinder zerstreuten sich. Ralf, Jack und Simon sprangen von der Rampe und gingen den Sand entlang am Bassin vorbei. Piggy stolperte tollpatschig hinter ihnen her. Wenn Simon in der Mitte ist, meinte Ralf, dann können wir über seinen Kopf hinweg reden. Die drei fasten tritt. Das bedeutete, dass Simon ab und zu einen Doppelschritt machen musste, um mit den anderen mitzuhalten. Nach einer Weile blieb Ralf stehen und drehte sich zu Piggy um. Hör mal. Jack und Simon taten so, als würden sie nichts mitbekommen. Sie gingen weiter. Du kannst nicht mit. Piggys Leser waren wieder mal beschlagen. Diesmal vor Demütigung. Du hast es ihnen gesagt, obwohl ich dich gebeten habe. Mit hochrotem Kopf und zitternden Lippen fügt er hinzu. Obwohl ich dir gesagt habe, ich will das nicht. Wovon um alles in der Welt redest du? Dass die anderen mich Piggy nennen. Ich habe gesagt, es ist mir egal, solange sie mich nicht Piggy nennen. Ich habe dir gesagt, du sollst es nicht verraten. Und dann gehst du einfach hin und sagst es rundheraus. Schweigen. Ralf sah Piggy verständnisvoll an und erkannte, dass er verletzt und niedergeschlagen war. Er schwankte zwischen den beiden Möglichkeiten, sich zu entschuldigen oder ihn weiter zu demütigen. Na, besser Piggy als Fettsäck, meinte er schließlich mit der Direktheit wahrer Anführerschaft. Tut mir leid, wenn du so darüber denkst. Und jetzt geh zurück, Piggy, und merk dir die Namen. Das ist dein Auftrag. Bis bald. Er machte Kehrt und rannte den anderen beiden hinterher. Piggy stand da. Langsam wich ihm die Zaunesröte aus den Wangen. Dann kehrte er zur Rampe zurück. Die drei Jungs gingen entschlossen den Sand entlang. Es war Ebbe und der mit Seetang überzogene Strandstreifen war fast so fest wie eine Straße. Ein Glanz lag über ihnen und der ganzen Szenerie. Sie bemerkten das und freuten sich darüber. Sie drehten sich zueinander um, lachten aufgeregt, redeten ohne zuzuhören. Die Luft war klar. Ralf, der Mühe hatte, für all dies eine Erklärung zu finden, machte einen Kopfstand und fiel um. Als sie sich ausgelacht hatten, strich Simon Ralf scheu über den Arm. Wieder musste sie lachen. Na komm schon, sagte Jack endlich. Wir sind Entdecker. Wir gehen bis zum Ende der Insel, erklärte Ralf und schauen um die Ecke. Wenn es überhaupt eine Insel ist. Zum Spätnachmittag hin ließen die Luftspiegelungen ein wenig nach. Sie erreichten das Ende der Insel, das recht deutlich zu erkennen war und nicht, wie durch Zauberei Form und Sinn verloren hatte. Dort fand sich das übliche kantige Felsgewirr und draußen in der Lagune lag ein großer Block. Seefügel nisteten dort. Wie Glasur auf einem rosa Kuchen, meinte Ralf. Um die Ecke da können wir nicht schauen, sagte Jack. Da ist nämlich keine. Nur eine kleine Kurve. Und siehst du, die Felsen werden immer schlimmer. Ralf beschirmte sich ihr Augen und sah die zerklüftete Kante der Klippen entlang den Berg hinauf. Dieser Strandabschnitt lag dem Berg näher als jede andere Stelle, die sie bisher gesehen hatten. Wir klettern von hier aus auf den Berg, entschied er. Schätze, das ist wohl am einfachsten. Da ist weniger von dem Dschungelzeugs und mehr von den rosa Steinen. Auf geht's! Die drei Jungs machten sich an den Aufstieg. Eine unbekannte Kraft hatte diese Würfel herausgerissen und umhergeschleudert. Und nun lagen sie herum und türmten sich so aufeinander, dass alles andere klein wirkte. Am häufigsten erschien der Fels als rosafarbene Klippe, über die sich ein schräger Block türmte. Auch dieser wurde überragt und wieder, bis alles ein Stapel ausbalancierter Felsen bildete, die sich aus dem verkneuten Fantasiebild der schlimmen Pflanzen erhob. Dort, wo die Klippen aus dem Boden ragten, gab es meist schmale, nach oben führende Pfade. Mit den Gesichtern, den Felsen zugewandt, konnten sie sich tief in der Pflanzenwelt an diese Pfade halten. Wer hat denn diese Spur gemacht? Jack blieb stehen und wischte sich den Schweiß aus dem Gesicht. Ralf hielt ganz außer Atem neben ihm. Menschen? Jack schüttelte den Kopf. Tiere! Ralf linste in der Dunkelheit unter den Bäumen. Der Wald vibrierte ganz sacht. Weiter! Der steile Anstieg rings um die Felsenschultern bereitete keine Schwierigkeiten, dafür aber die gelegentlichen Abstiege durchs Unterholz, um zum nächsten Pfad zu gelangen. Die Wurzeln und Schlingpflanzen bildeten ein solches Gewirr, dass die Jungs sich hindurchwinden mussten, wie biegsame Nadeln. Abgesehen vom braunen Boden und dem nur ab und zu durch die Blätter fallenden Licht, hatten sie nur eine Orientierung, den Anstieg. War dieses Loch voller, verschlungener Kabel höher als das andere? Irgendwie kamen sie höher. Als sie von all diesem Gewirr umschlossen waren, drehte Ralf sich an der schwierigsten Stelle zu den anderen um. Irre! Krass! Hammerhart! Der Grund zu dieser Freude war nicht sofort zu erkennen. Alle drei waren verschwitzt, schmutzig und erschöpft. Ralf war arg zerschunden. Die Schlingpflanzen waren so dick wie ihre Oberschenkel und ließen nur tunnelfrei, durch die sie vorankrochen. Ralf rief probehalber etwas und sie lauschten den gedämpften Echos. Sowas nenne ich entdecken, meinte Jack. Hier war noch niemand, da wette ich. Wir sollten eine Karte zeichnen, sagte Ralf, aber wir haben ja kein Papier. Wir können in Baumrinde kratzen, schlug Simon vor und Asche reinreiben. Wieder sahen sie sich im Dämmerlicht mit glänzenden Augen an. Irre! Krass! Für einen Kopfstand war kein Platz. Diesmal drückte Ralf den Überschwang seiner Gefühle dadurch aus, dass er so tat, als würde er Simon umhauen. Kurz darauf rang sie in dem Dickichtdämmer als glücklich schnaufenden Haufen miteinander. Als sie sich entwirrt hatten, meinte Ralf, wir müssen weiter. Der rosafarbenen Granit der nächsten Klippe lag etwas außerhalb der schlinkpflanzenden Bäume und sie konnten ihm Fahrt folgen. Sie kamen in lichteren Wald und schauten ab und zu aufs offene Meer hinaus. Je lichter es wurde, umso stärker war die Sonne. Sie trocknete den Schweiß, der sie in der dunklen, feuchten Hitze durchtränkt hatte. Endlich wirkte der Weg zum Gipfel wie eine Klettertour über rosiges Gestein, ohne weiter durch die Dunkelheit tauchen zu müssen. Die Jungs fanden einen Pfad durch Holzwege und über kantige Steinhaufen. Schaut mal, schaut! Hoch über diesem Ende der Insel formten die Felsbrocken, Stapel und Kamine. Einer davon, gegen den sich Jack lehnte, rührte sich knirschend, als sie dagegen drückten. Weiter, aber nicht weiter nach oben. Der Gipfelsturm musste warten, weil die drei Jungs sich dieser Herausforderung stellten. Der Fels war so groß wie ein kleines Auto. Hau ruck! Vor und zurück den Rhythmus finden. Hau ruck! Das Pendel stärker ausschlagen lassen, stärker, stärker, bis an den Punkt der äußersten Balance. Halten, stärker, stärker. Hau ruck! Der große Fels zögerte, blieb wie auf Zähnenspitzen stehen, beschloss nicht zurückzufallen, bewegte sich durch die Luft, stürzte, schlug auf, drehte sich, sprang dröhnt wieder hoch und schlug ein tiefes Loch in die Baumkrone des Waldes. Echos und Vögel flogen umher, weißer und rosiger Staub stieg auf, der weit weiter unten schüttelte sich, als würde ein wütendes Wesen hindurchstampfen. Dann war die Insel still. Irre! Wie eine Bombe! Schiu! Eine ganze Weile konnten sie sich nicht von diesem Triumph losreißen. Dann brachen sie schließlich auf. Der restliche Anstieg war leicht. Als sie den letzten Abschnitt erreicht hatten, blieb Ralf stehen. Donnerwetter! Sie standen am Rand einer kreisförmigen Senke an der Bergflanke. Sie war angefüllt mit blauen Blumen irgendeiner Felspflanze, die wucherte zur Öffnung hinaus und rangte sich üppig über das Blätterdach des Waldes. Die Luft war voller Schmetterlinge, die Aufstiegen flatterten sich selbst. Jenseits der Senke lag die kantige Spitze des Berges, und bald hatten sie ihn erklommen. Sie hatten schon geahnt, dass es sich um eine Insel handelte. Wie sie so über den rosigen Fels geklettert waren und zu allen Seiten das Meer über sich hatten, dazu die kristallklare Luft in der Höhe, hatten sie instinktiv gewusst, dass ringsherum Meer sein musste. Doch es schien passender, das letzte Wort dazu erst dann zu sagen, wenn sie auf dem Gipfel standen und den kreisrunden Horizont aus Wasser sehen konnten. Ralf drehte sich zu den anderen um. Das gehört alles uns. Die Insel hatte die ungefähre Form eines Schiffs. An diesem Ende bucklig hinter ihnen der zerklüftete Abstieg bis zum Ufer. Links und rechts Felsen, Klippen, Baumwipfel und ein steiler Abhang, nach vorn dann die Schiffslänge, ein sanfterer Abstieg, Baum bewachsen, hier und da spuken von rosa. Dann kam das dschungelbedeckte Flachland der Insel, ein dichtes Grün, am Ende zu einer rosafarbenen Spitze auslaufend. Dort, wo die Insel im Wasser versank, gab es eine zweite Insel, ein fast freistehender Felsen, eine Festung, die sich ihnen über das Grün hinweg mit einem mächtigen rosafarbenen Beuwerk zeigte. Die Jungs sahen sich alles genau an und schauten dann aufs Meer hinaus. Sie standen weit oben. Es war später Nachmittag. Kleine Luftspiegelungen nahmen der Aussicht etwas von ihrer Klarheit. Da ist ein Riff, ein Korallenriff, habe ich schon auf Bildern gesehen. Das Riff, das vielleicht eine Meile weit draußen lag und parallel zu dem Strand verlief, den sie nun als ihren eigenen betrachteten, umschloss mehr als nur eine Seite der Insel. Die Koralle war ins Meer gekritzelt, so als habe ein Riese sich vorgebeugt, um die Form der Insel mit einem Kreidestrich nachzuziehen. Und habe vor dem Ende die Lust verloren. In dem Riffbecken war Wasser, so blau wie Pfauenfedern, Fels und Seegras zeichnete sich ab wie in einem Aquarium. Draußen ruhte die tiefblaue See. Die Ebbe setzte ein, lange Schaumkronen hingen an dem Riff und einen Augenblick lang hatten sie den Eindruck, als würde das Schiff stetig achter ausfahren. Jack wies nach unten. Da sind wir gelandet. Jenseits der Abhänge und Klippen klaffte im Wald ein Schnitt. Da waren zersplitterte Baumstämme, dann die Spur, daneben nur ein schmaler Palmenrand zwischen der Schneise und dem Meer. Da war auch die Rampe, die in die Lagune reichte und in ihrer Nähe wuchsen Insekten gleich Gestalten umher. Riff skizzierte eine gewundene Linie von der kahlen Stelle, an der sie sich befanden, ein Abhang und eine Schlucht hinunter durch Blumen um einen Felsen herum und zu der Stelle, wo die Schneise begann. Das ist der schnellste Rückweg. Die rumpfierenden, glänzenden Augen und offenen Mündern genossen sie ihr Herrschaftsrecht. Sie führten sich erhaben, waren Freunde. Es gibt keinen Rauch von einem Dorf und keine Boote, erklärte Ralf vernünftig. Das müssen wir noch genauer herausfinden, aber ich glaube, sie ist unbewohnt. Wir werden Nahrung heranschaffen, rief Jack. Jagen, Sachen fangen, bis sie uns holen kommen. Simon sah die beiden an, sagte nichts, nickte aber, bis seine schwarzen Haare vor und zurückflogen. Sein Gesicht glühte. Ralf sah zur anderen Seite hinunter, wo es keinen Riff gab. Steiler, meinte Jack. Ralf machte mit der Hand eine schöpfende Bewegung. Der Wald da unten, der Berg trägt ihn. Der ganze Berg trug Bäume, Blumen und Bäume. Jetzt rührte sich der Wald, brüllte, peitschte hin und her. Die in der Nähe stehenden Steinblumen flatterten und eine Weile fuhr eine kühle Brise über ihre Gesichter. Ralf breitete die Arme aus. Alles unsers. Sie lachten, putzerten herum und brüllten durcheinander. Ich habe Hunger. Als Simon seinen Hunger erwähnte, fiel den anderen auch auf, wie hungrig sie waren. Na komm, meinte Ralf. Wir haben ja herausgefunden, was wir wissen wollten. Sie kletterten einen felsigen Abhang hinunter, kamen bei den Blumen vorbei und suchten sich einen Weg unter die Bäume. Hier blieben sie stehen und untersuchten neugierig das Sträuch ringsum. Simon sprach als erster. Wie Kerzen. Kerzenbüsche. Kerzenblüten. Die Büsche waren dunkel und immergrün. Sie dufteten und die vielen Knospen waren wachsgrün und aus Schutz vor dem Licht geschlossen. Jack holte mit dem Messer nach einer Knospe aus und der Duft überfiel sie. Kerzenblüten. Anzünden kann man sie nicht, erklärte Ralf. Sie sehen nur wie Kerzen aus. Grüne Kerzen, meinte Jack verächtlich. Essen kann man sie auch nicht. Weiter. Sie waren am Rand des sichten Weides angekommen und stapften müde über einen Pfad entlang, als sie den Lärm, ein Quieken und harte Hufschläge auf dem Pfad hörten. Sie drängten weiter voran und das Quieken klang immer wütender. Sie entdeckten einen Ferkel, das sich in einem Vorhang aus Lilian verfangen hatte und sich aus blankem, entsetzenden, wildem Wahn gegen die elastischen Riemen warf. Seine Stimme war dünn, nadelscharf und beharrlich. Die drei Jungs stürzten hin. Jack zückte wieder schwungvoll sein Messer. Er hob den Arm. Eine Pause trat ein, eine Unterbrechung. Das Ferkel schrie weiter. Die Lilianer zerrten an ihm. Die Klinge blinkte am Ende eines dünnen Arms. Die Pause war lang genug, dass sie begriffen, welch ungeheure Tragweite der nach unten gerichtete Hieb haben würde. Da riss sich das Ferkel von den Lilianen los und huschte ins Unterholz. Die drei standen da, sahen sich und den Schreckensort an. Jacks Gesicht war unter den Sommerspossen ganz weiß geworden. Dann fiel ihm auf, dass er noch immer das Messer in die Höhe gerektiert. Er brachte den Arm herunter und streckte das Messer wieder in die Scheide. Da lachten alle drei verschämt und stiegen wieder zum Pfad hinauf. Ich wollte mir gerade die Stelle aussuchen, sagte Jack. Ich habe nur auf den richtigen Moment gewartet, um zu entscheiden, wohin ich stechen sollte. Man sticht ein Schwein ab, erklärte Ralph hitzig. So sagt man doch, ein Stein abstechen. Äh, ein Schwein abstechen. Man schneidet ihm die Kehle durch, damit das Blut rauskommt, sagte Jack. Sonst kann man das Fleisch nicht essen. Warum hast du nicht? Sie wussten nur zu genau, warum Jack nicht zugestochen hatte. Wegen der Ungeheuerlichkeit, das Messer zu senken und in lebendiges Fleisch zu schneiden. Wegen des unerträglichen Blutes. Ich wollte ja, beharrte Jack. Er ging ihnen voraus und sie konnten sein Gesicht nicht sehen. Ich wollte mir die Stelle aussuchen. Nächstes Mal … Er riss das Messer aus der Scheide und donnerte es in einen Baum. Beim nächsten Mal gab es keine Gnade. Jack sah sich wütend um, ob jemand wagte ihm zu widersprechen. Dann traten sie hinaus in die Sonne und während sie die Schneise zur Rampe und zu der Versammlung hinunterging, waren sie eine Weile damit beschäftigt, Essbares zu finden und zu verschlingen. 2. Feuer auf dem Berg Als Ralf damit fertig war, das Muschelhorn zu blasen, drängten sich alle auf der Rampe zusammen. Diese Versammlung war anders als die am Morgen. Nun fiel die Abendsonne schräg von der anderen Seite der Rampe herein und die meisten Kinder, die den Sonnenbrand erst zu spät bemerkt hatten, hatten sich etwas angezogen. Der Chor, der nicht mehr als geschlossene Gruppe auftrat, hatte seine Umhänge abgelegt. Ralf setzte sich auf einen umgefallenen Baum. Die Sonne strahlte ihn von links an. Rechts stand der Großteil des Chores. Links waren die größeren Jungs, die sich bis zur Evakuierung noch nicht gekannt hatten. Vor ihm kauerten die Kleinen im Gras. Stille. Ralf legte sich die creme und rosafarbene Muschel auf die Knie. Eine plötzliche Brise versprengte Licht über die Rampe. Er war sich nicht sicher, ob er aufstehen oder sitzen bleiben sollte. Er saß zum Badeloch. Piggy saß in der Nähe, half ihm aber nicht. Ralf räusperte sich. Also gut. Sofort fiel ihm auf, dass er fließend sprechen und ausdrücken konnte, was er zu sagen hatte. Er fuhr sich mit einer Hand durch die blonden Haare und sprach. Wir sind auf einer Insel. Wir waren oben auf dem Berg und haben überall herum nur Wasser gesehen. Keine Häuser, kein Rauch, keine Fußabdrücke, keine Boote, keine Menschen. Wir sind ganz allein auf einer unbewohnten Insel. Jack unterbrach ihn. Aber wir brauchen eine Armee für die Jagd. Jagd auf Schweine. Ja, es gibt Schweine auf der Insel. Die drei Jungs versuchten den Eindruck von dem rosigen Lebenden etwas zu vermitteln, das sich da in den Schlinkpflanzen abgemüht hatte. Wir haben es gesehen. Es hat gekriegt. Sich losgerissen. Noch bevor ich es töten konnte. Aber nächstes Mal. Jack donnerte sein Messer in einen Baumstamm und sah sich herausfordernd um. Die Versammlung beruhigte sich wieder. Ihr seht also, fuhr Ralf Ford, wir brauchen Jäger, die uns Fleisch beschaffen. Noch was. Er nahm die Muschel von den Knien und sah ringsum in die sonnenverbrannten Gesichter. Es gibt keinen Erwachsenen. Wir müssen selbst auf uns aufpassen. Die Versammlung stummte und verstummte wieder. Er summte und verstummte wieder. Und noch was. Es können nicht alle gleichzeitig reden. Wir müssen die Hand heben wie in der Schule. Er regte das Muschelhorn nach vorn und sah um die Öffnung herum. Dann gebe ich das Muschelhorn dem Nächsten. Muschelhorn? Ja, so heißt das. Ich gebe das Muschelhorn dem Nächsten, der was sagen will. Er hält es in der Hand und spricht. Aber hör mal. Er wird auch nicht unterbrochen. Nur von mir. Jack sprang auf. Wir werden Regeln aufstellen, rief er aufgeregt. Einen Haufen Regeln. Und wenn sie irgendjemand bricht. Ui. Irre. Bäm. Dong. Ralf spürte, wie ihm das Muschelhorn abgenommen wurde. Dann stand Piggy mit der großen cremefarbenen Muschel da und die Rufe verebten. Jack rührte sich nicht und sah unsicher zu Ralf hinüber, der rächelte und auf den Baumstern klopfte. Jack setzte sich. Piggy nahm die Brille ab und blinzelte die Versammlung an, während er die Gläser mit dem Händen putzte. Ihr unterbrecht Ralf andauernd. Ihr lasst ihn nicht zu dem wichtigsten Punkt kommen. Er machte eine effektvolle Pause. Wer weiß denn, dass wir hier sind? Am Flughafen wussten sie es. Der Mann mit dem Trompetending. Mein Dad. Piggy setzte die Brille auf. Niemand weiß, wo wir sind, erklärte er. Er war blasser als sonst und ganz außer Atem. Vielleicht wussten die ja, wohin wir sollten. Vielleicht nicht. Aber wo wir sind, wissen die nicht. Wir sind ja niemals dort angekommen. Er sah die anderen einen Augenblick an, schwankte und setzte sich dann. Ralf nahm ihm das Muschelhorn aus den Händen. Das wollte ich gerade sagen, fuhr er fort, bevor ihr alle, alle, er sah in ihre erwartungsvollen Gesichter. Das Flugzeug ist abgeschossen worden und hat gebrannt. Keiner weiß, wo wir sind. Vielleicht sind wir noch ziemlich lange hier. Die Stille war so vollkommen, dass sie hören konnten, wie ungleichmäßig Piggy Luft holte. Das Sonnenlicht fiel schräg ein und warf einen goldenen Schein über die halbe Rampe. Die leichten Windstöße, die sich auf der Lagune gejagt hatten, wie Kätzchen ihre Schwänze, fanden einen Weg über die Rampe und in den Wald. Ralf wischte sich die wirren, blonden Haare aus der Stirn. Also, wir sind vielleicht noch ziemlich lange hier. Niemand sagte etwas. Plötzlich grinste Ralf. Aber das ist eine gute Insel. Wir, Jack, Simon und ich, wir sind auf den Berg gestiegen. Es ist krass. Es gibt Essen und Trinken und Felsen. Blaue Blumen. Piggy hatte sich etwas erholt, wie es auf die Muschel in Ralfs Hand und Jack und Simon verstummten. Ralf fuhr fort. Und solange wir warten, können wir es uns auf der Insel richtig gut gehen lassen. Er machte eine ausladende Handbewegung. Das ist wie in einem Buch. Es wurde laut. Die Schatzinsel. Der Kampf um die Insel. Die Koralleninsel. Ralf wederte mit dem Muschelhorn. Das hier ist unsere Insel. Eine gute Insel. Wir werden hier Spaß haben, bis die Erwachsenen uns holen kommen. Jack streckte die Hand nach dem Horn aus. Es gibt Schweine, sagte er. Es gibt zu essen und Badewasser in dem kleinen Fluss dahinter. Und alles. Hat jemand noch was anderes gefunden? Er gab Ralf die Muschel zurück und setzte sich. Offenbar hatte niemand etwas gefunden. Die älteren Jungs bemerkten das Kind erst, als es sich wieder setzte. Eine Gruppe kleinerer drängten ihn nach vorn, obwohl er nicht wollte. Er war ein kleiner Schwächling, vielleicht sechs Jahre alt, und seine Gesichtshälfte war mit einem maulbeerfarbenen Muttermal gefleckt. Er stand windschief im grälen Licht der Aufmerksamkeit und bohrte ein See ins Gras. Er murmelte vor sich hin und wollte schon fast losflennen. Die anderen Kleinen flüsterten in ernsten Ton mit ihm und schubsen ihn zu Ralf hin. Na komm schon, meinte der. Der kleine Junge sah sich verschreckt um. Red schon. Der kleine streckte die Hände nach der Muschel und die Versammlung brachen Gelächter aus. Sofort riss er die Hände zurück und fing an zu weinen. Gebt ihm die Muschel! Gebt ihm die Muschel! Rief Piggy. Gebt sie ihm! Endlich bewegte Ralf ihn dazu, die Muschel zu halten. Doch das Gelächter hatte dem Kind die Sprache verschlagen. Piggy kniete sich neben ihn, legte eine Hand auf die große Muschel, hörte zu und gab es an alle weiter. Er möchte wissen, was du wegen dieser Schlange unternimmst. Ralf lachte und die anderen taten es ihm nach. Der kleine verkroch sich noch mehr in sich selbst. Erzähl uns von der Schlange. Er meint, es muss ein Monster sein. Ein Monster? Ein Schlangenmonster! Riesig! Er hat es gesehen! Wo? Im Wald! Wegen der leichten Brise oder der untergehenden Sonne breitete sich unter den Bäumen eine dezente Kühle aus. Die Jungs spürten das und wurden unruhig. Auf einer Insel dieser Größe gibt es keine Monster oder Schlangenmonster, erklärte Ralf sanft. So etwas gibt es nur in großen Ländern wie Afrika oder Indien. Gomurmel! Dein ernstes Nicken! Er sagt, das Monster kam in der Nacht, aber dann konnte er es doch gar nicht sehen. Gelächter und Jubel. Hast du gehört? Er sagte, er hat das Ding im Dunkel gesehen. Trotzdem hat er es gesehen, sagt er. Es ist aufgetaucht und wieder verschwunden und wieder aufgetaucht und wollte ihn fressen. Er hat geträumt. Er hat das Monster gesehen, das Schlangenmonster und ob es heute Nacht wiederkommt. Aber es gibt keine Monster. Er sagt, am Morgen hat es sich in diesen Seilen in die Bäume verwandelt und hing in den Ästen. Er fragt, ob es heute Nacht wiederkommt. Aber es gibt doch gar keine Monster. Niemand lachte mehr. Alle schauten ernst. Ralf fuhr sich mit beiden Händen durch die Haare und sah den kleinen Jungen erheitert und verängstigt zugleich an. Jack schnappte sich das von. Ralf hat natürlich recht. Es gibt kein Schlangenmonster. Aber wenn, dann werden wir es jagen und töten. Wir werden Schweine jagen, damit wir alle Fleisch haben. Und wir werden nach der Schlange Ausschau halten. Aber es gibt doch gar keine Schlange. Das werden wir sehen, wenn wir jagen gehen. Ralf war gereizt und für den Augenblick geschlagen. Er spürte, er sah sich etwas Unbegreiflichem gegenüber. Aus den Augen, die ihn anstarrten, war alles gute Laune gewichen. War alle gute Laune gewichen. Aber es gibt doch gar kein Monster. Etwas, von dessen Existenz er zuvor noch nichts gewusst hatte, stieg in ihm auf und drängte ihn, seinen Standpunkt noch einmal laut und deutlich zu machen. Und wenn ich es euch sage, es gibt kein Monster. Die Versammlung verstummte. Ralf hob das Muschelhorn, dachte an das, was er als nächstes zu sagen hatte und fand seine gute Laune wieder. Kommen wir zum Wichtigsten. Ich habe nachgedacht. Als wir auf den Berg gestiegen sind, habe ich nachgedacht. Er schaute die anderen beiden verschwörerisch grinsend an. Und jetzt hier am Strand? Wir wollen unseren Spaß haben. Und wir wollen gerettet werden. Die leidenschaftliche Zustimmung der Versammlung traf ihn unvermutet wie eine Welle und er verlor den Faden. Er dachte kurz nach. Wir wollen gerettet werden und das werden wir sicher auch. Alle schwatzen durcheinander. Diese einfache, sich auf nichts Handfestes stürzende Behauptung, hinter der nur das Gewicht von Ralfs neu gewonnene Autorität stand, verbreitete Glanz und Freude. Er musste mit dem Muschelhorn wedeln, damit sie ihm wieder zuhörten. Mein Vater ist in der Navy. Er hat gesagt, es gibt keine unbekannten Inseln mehr. Er sagt, die Queen hat ein großes Zimmer voller Landkarten und auf der sind alle Inseln auf der Welt verzeichnet. Die Queen hat also ein Bild von dieser Insel. Wieder ließen sich gute Laune und ermutigende Herzen vernehmen. Früher oder später wird ein Schiff kommen. Vielleicht sogar das von meinem Daddy. Früher oder später wird man uns retten. Er hatte alles gesagt. Seine Worten gaben der Versammlung viel Sicherheit. Sie mochten ihn und jetzt respektierten sie ihn auch. Ganz spontan fingen sie an, in die Hände zu klatschen und schon bald brandete stürmischer Applaus über die Rampe. Ralf wurde rot, sah zur Seite und bemerkte Pigies offene Bewunderung, dann in die andere Richtung zu Jack, der grinste und bewies, dass auch er wusste, wie man klatschte. Ralf fiederte mit dem Muschelholmen. Seid mal leise, berättet, hört mal zu. Von seinem Triumph getragen sprach er weiter, als er still geworden war. Noch was. Wir können Ihnen helfen, uns zu finden. Wenn ein Schiff zur Insel kommt, dann sehen Sie uns vielleicht nicht. Also müssen wir oben auf dem Berg Rauch machen. Wir müssen ein Feuer machen. Ein Feuer, ein Feuer machen. Sofort sprang die Hälfte der Jungs auf. Jack rief, ohne auf das Horn zu achten. Kommt mit, folgt mir! Der Raum unter den Palmen war voller Lärm und Bewegung. Auch Ralf war aufgesprungen, rief um Ruhe, doch niemand hörte ihn. Die Menge wogte zur Inselmitte, folgte Jack und war verschwunden. Selbst die Kleinsten gingen mit und gaben zwischen all den Blättern und abgebrochenen Ästen ihr Bestes. Ralf blieb mit dem Horn zurück. Ralf blieb mit dem Horn zurück. Bis auf Piggy waren alle fort. Piggy war wieder beim Atem. Bei Atem. Wir sind Kinder, meinte er verächtlich. Die führen sich auf wie ein Haufen Kinder. Ralf sah ihn verzweifelt an und legte die Muscheln auf einen Baumstamm. Ich wette, Abendbrotzeit ist schon vorbei, meinte Piggy. Was glauben die denn, was sie auf dem Berg machen? Er strich sanft über die Muschel, hielt inne und blickte auf. Ralf, hey, wohin willst du? Ralf stieg schon über den ersten Riss der Schneise. Weit vor ihm hörte man krachen und lachen. Piggy sah ihm verächtlich nach. Wie ein Haufen Kinder! Er seufzte, beugte sich vor und schnürte sich die Schuhe. Der Lärm der umherziehenden Versammlung verklang den Berg hinauf. Dann nahm Piggy mit dem gematerten Gesichtsausdruck eines Vaters, der den sinnlosen Überschwang der Kinder zu ertragen hat, die Muschel in die Hand und stapfte über die von Bruchholz überzogene Schneise. Unterhalb der abgewandten Seite des Gipfels lag ein Streifen Wald. Wieder machte Ralf eine Schöpfhand. Da unten finden wir so viel Holz, wie wir brauchen. Jack nickte und zupfte sich an der Unterlipte. An der schrofferen Bergflanke verlief etwa 30 Meter unterhalb ein Pfad, der für den Brennholztransport wie gemacht schien. Bäume, die die feuchte Hitze hatten sprießen lassen, fanden zu wenig Boden, um ganz auszuwachsen, fielen früh und vergingen. Kriechpflanzen drückten sich an sie, neue Sprösslinge bahnten sich einen Weg nach oben. Jack drehte sich zum Chor um, der bereitstand. Jack drehte sich zum Chor um, der bereitstand. Ihre schwarzen Turnierhüte hatten sie wie Barrette über ein Ohr gezogen. Wir schichten einen Stapel auf. Kommt mit. Sie fanden den richtigen Pfad hinunter und zerrten an dem Torholz. Dann gesählten sich auch die Kleinen zu ihnen, die gerade den Gipfel erreicht hatten, und bis auf Piggy waren alle beschäftigt. Das meiste Holz war so verrottet, dass es unter ihrem Ziehen zu einem Schauer aus Schmittern Asseln und Feunis zerbröselte. Ein paar Sterne jedoch blieben am Stück. Sam und Eric, die Zwillinge, waren die Ersten, die einen geeigneten Baum fanden, aber sie konnten nichts unternehmen, bis Ralph, Jack, Simon, Roger und Maurice Platz gefunden hatten, um zuzupacken. Dann schafften sie das knorrige Ding stückchenweise den Fels hinauf und ließen es am Gipfel auf den Boden plumpsen. Jede der Gruppen schleppte mehr oder weniger ihr Pensum heran, und der Stapel wuchs. Als Ralph zurückkam, war er mit Jack allein. Sie grinsten sich an und teilten sich die Last. Wieder breitete sich in der Brise, den Rufen, dem schräg fallenden Licht auf dem hohen Gipfel, dieser Glanz aus, dieses merkwürdige, unsichtbare Licht der Freundschaft, des Abenteuers, der Zufriedenheit. »Fast zu schwer!« Jack grinste zurück. »Nicht für uns beide!« Gemeinsam mühten sie sich mit der Last ab und stolperten den letzten Teil des Berges zusammen hinauf. Im Chor riefen sie »Eins, Zwei, Drei« und ließen den Stamm krachend auf den großen Stapel plumpsen. Dann traten sie zurück, lachten, sie gestrunken, und Ralph musste auf der Stelle einen Kopfstand machen. Unter ihnen mühten sich einige Jungs weiter ab, ein paar der Kleinen aber hatten das Interesse verloren und suchten in diesem neuen Wald nach Früchten. In einem Ausbruch unerwarteter Intelligenz kamen die Zwillinge mit Armen voller trockenem Laub den Berg hinauf und warfen es auf den Stapel. Ein Junge nach dem anderen hörte auf, Nachschub zu holen, als sie spürten, dass der Stapel groß genug war, und sie standen da, umbringt von den rosafarbenen Zinn des Gipfels. Der Atem beruhigte sich, der Schweiß trocknete. Ralph und Jack sahen einander an und die anderen ringsherum verstummten. Langsam wuchsen die blamable Erkenntnisse in ihnen, aber sie wussten nicht, wie sie sie den anderen gestehen sollten. Ralph wurde rot und sprach als erster. Machst du, er räusperte sich. Machst du das Feuer an? Jetzt war die absurde Situation offensichtlich und Jack wurde ebenfalls rot. Er murmelte etwas unverständlich. Man reibt zwei Stöcke aneinander. Man reibt... Er sah Ralph an und Jack gab schließlich ihre Unfähigkeit zu. Hat jemand Streichhölzer dabei? Man nimmt einen Bogen und dreht den Pfeil, sagte Roger. Er rieb die Hände aneinander, um es zu zeigen. Pfsch, pfsch. Ein leiser Lufthauch zog über den Berg. Mit ihm traf Piggy ein. In kurzen Hosen und Hemd schob er sich vorsichtig durch den Wald und die Abendsonne blitzte auf seinen Brillengläsern. Unter dem Arm trug er die Muschel. Ralph rief zu ihm hinüber. Piggy, hast du Streichhölzer dabei? Die anderen Jungs wiederholten den Ruf, bis der ganze Berg wiederhalte. Piggy schüttelte den Kopf und erreichte den Holzstapel. Mann, habt ihr einen Haufen aufgeschichtet? Plötzlich zeigte Jack auf ihn. Seine Brille! Nimm sie als Brennglas! Bevor Piggy zurückweichen konnte, war er schon umringt. He, lasst mich los! Vor Entsetzen kreichte er auf, als Jack ihm die Brille von der Nase riss. Vorsicht! Gib sie mir zurück! Ich sehe doch nichts! Ihr macht noch die Muschel kaputt! Ralph schubste ihn mit den Ellbogen beiseite und kniete sich neben den Holzhaufen. Geht aus dem Licht! Es gab ein Drängen und Schieben und eifriges Rufen. Ralph bewegte das Brennglas vor und zurück und hin und her, bis ein glänzend weißes Abbild der untergehenden Sonne auf einem Stück verrotteten Holz lag. Fast sofort stieg eine kleine Rauchsäule auf und brachte Ralph zum Husten. Jack kniete sich daneben und pustete sanft. Der Qualm zog fort, wurde dichter, dann tauchte ein kleines Flämmchen auf. Die Flamme, die bei Tageslicht kaum zu sehen war, umfing einen kleinen Zweig, wuchs, nahm Farbe an und erreichte einen Ast, der mit einem lauten Krachen zerbarst. Die Flamme züngelte höher und die Jungs brachen in Jubel aus. Meine Brille, rief Piggy, gib mir meine Brille wieder! Ralph trat vom Holzhaufen zurück und drückte die Brille in Piggys tastender Hände. Piggys Stimme flaute zu einem Murmeln ab. Alles unscharf, mehr nicht! Seh nicht mehr meine Hand vor Augen! Die Jungs tanzten ums Feuer. Der Haufen war so morsch und so trocken wie Zunder. Das ganze Baumstämme sich den gelben Flammen ergaben, die einen Feuerbart sechs Meter hoch warfen. Mehrere Meter um das Feuer herum war die Hitze wie ein Schlag und die Brise war ein Fluss voller Funken. Stümpfe zerfielen zu weißer Asche. Ralph rief, mehr Holz, holt alle mehr Holz! Das Leben wurde zu einem Wettrennen mit dem Feuer. Die Jungs zerstreuten sich im ganzen oberen Wald. Erstes Ziel war es, eine saubere Flamme auf den Gipfel lodern zu lassen. Doch weiter dachte niemand. Selbst die Kleinsten brachten kleine Holzstücke an, wenn sie nicht von den Früchten in Anspruch genommen wurden und warfen sie ins Feuer. Die Luft bewegte sich schneller, ein leichter Wind kam auf und der Unterschied zwischen der vom Wind abgewandten und der ihm zugewandten Seite war deutlich zu spüren. Auf der einen Seite war es kühl, doch auf der anderen Seite streckte das Feuer einen wütend heißen Arm aus, unter dem sich das Haar sofort kräuselte. Die Jungs spürten den Abendwind auf ihren feuchten Gesichtern, hielten kurz inne, um die Frische zu genießen und stellten dann fest, wie erschöpft sie waren. Sie legten sich in die Schatten entlang der verstreuten Felsen. Der Flammbad schrumpfte schnell. Dann fiel der Holzhaufen mit einem leisen, trockenen Geräusch zusammen und schickte einen großen Funkenbaum in die Höhe, der sich neigte und mit dem Wind davon schwebte. Die Jungs lagen da und hechelten wie Hunde. Ralf hob den Kopf von den Unterarmen. Das hat nichts gebracht, Roger spuckte in die heiße Asche. Was meinst du damit? Kein Rauch, nur Flammen. Piggy hatte sich zwischen zwei Felsbrocken gesetzt und hockte mit der Musche auf den Knien da. Wir haben kein Feuer gemacht. Das, was bringt, erklärte er, so ein Feuer können wir beim besten Willen nicht die ganze Zeit füttern. Hast es ja nicht mal versucht, erwiderte Jack verächtlich. Du hast doch nur da gehockt. Wir haben seine Brille benutzt, meinte Simon und beschmierte sich mit dem schwarzen Unterarm die Wange. So hat er auch geholfen. Ich habe das Muschelhorn, sagte Piggy entrüstet. Lasst mich sprechen. Hier oben auf den Gipfel zählt die Muschel nicht, entgegnete Jack. Also halt's Maul. Leg grüne Zweige auf, meinte Maurice. So kriegt man am besten Rauch. Ich habe die Muschel. Jack sprang zornig auf. Halt's Maul! Piggy sackte in sich zusammen. Raph nahm ihm das Horn ab und sah sich im Kreis der Jungs um. Wir brauchen immer ein Paar, die auf das Feuer aufpassen. Da draußen kann jederzeit ein Schiff auftauchen. Er winkte mit dem Arm zum straffgespannten Horizont hinüber. Und wenn wir ein Signalfeuer haben, dann kommen sie uns holen. Und noch was. Wir brauchen mehr Regeln. Wo die Muschel ist, da ist die Versammlung. Hier oben genau wie da unten. Alle pflichteten ihm bei. Piggy machte den Mund auf und wollte etwas sagen, sah Jacks Blick und schloss ihn wieder. Jack streckte die Hand nach dem Horn aus, stand auf und hielt das zarte Ding vorsichtig in seinen ruhigen Händen. Ich finde, Raph hat recht. Wir brauchen Regeln und wir müssen sie einhalten. Wir sind doch keine Wilden. Wir sind Engländer und Engländer sind in allem die Besten. Also müssen wir auch das Richtige tun. Er drehte sich um. Raph, ich teile den Chor, meine Jäger meine ich, in Gruppen auf. Und wir sind verantwortlich dafür, dass das Feuer nicht ausgeht. Diese großzügige Geste brachte ihm Applaus von den Jungs ein. Jack grinste und winkte dann mit der Muschel um Ruhe. Wir lassen das Feuer jetzt ausgehen. Wer kann denn schon bei Nacht Rauch sehen? Wir können das Feuer ja anfechten, wenn wir wollen. Eilt, ihr hütet das Feuer dieser Woche, so prahn die nächste. Die Versammlung stimmte ernst zu. Wir sind doch dafür verantwortlich und besetzen einen Ausguck. Wenn wir dort draußen ein Schiff sehen, alle Augen folgten der Richtung seines dünnen Arms, dann legen wir grüne Zweige auf. Dann gibt es mehr Rauch. Aufmerksam sahen sie zum dichten Blau des Horizonts hinaus, so als könne dort jeden Augenblick ein kleiner Umriss erscheinen. Die Sonne im Westen war ein Klecks aus brennendem Gold, der dem Rand der Welt immer näher kam. Sofort fiel ihnen wieder ein, das mit dem Abend auch das Ende von Nicht und Wärme nahte. Roger nahm die Muschel und sah sie düster an. Ich habe immer mal aufs Meer hinaus geschaut. Keine Spur von einem Schiff. Vielleicht werden wir nie gerettet. Ein Gemurmel erhob sich und verklang. Ralf nahm das Muschelhorn wieder an sich. Ich habe gesagt, eines Tages werden wir gerettet. Wir müssen einfach nur abwarten, das ist alles. Wütend und herausfordernd griff Piggy das Horn. Das habe ich doch gesagt. Ich habe unsere Versammlung vorgeschlagen und alles, aber ihr sagt immer, ich soll die Schnauze halten. Seine Stimme nahm den jammernden Ton selbstgerechter Schuldzuweisung an. Alle versuchten, ihn niederzubrüllen. Es war die Rede von einem kleinen Feuer, und was macht ihr? Ihr schichtet einen Stapel groß wie einen Heuhaufen auf. Wenn ich was sage, rief Piggy mit verbitterter Klarheit, dann soll ich den Mund halten. Aber wenn Jack oder Maurice oder Simon reden, seine Stimme ging in dem Tumult unter, und er sah an ihnen vorbei die schroffe Bergflanke hinunter zu den großen Flecken, wo sie das tote Holz gefunden hatten. Dann lachte er so merkwürdig, dass sie alle verstummten und seine aufblitzenden Brennbläsern verwundert anstarrten. Sie folgten seinem Blick, um herauszufinden, worüber er so bitter lachte. Da habt ihr euer kleines Feuer! Hier und da erhob sich Rauch zwischen den Schlingpflanzen, die die Toten oder Absterbenden Bäume schmückten. Die Jungen schauten zu, wie am Fuß einer Rauchsäule eine Flamme auftauchte, und der Rauch dichter wurde. Keine Flammen züngelten an einem Baumstamm, kleine Flammen züngelten an einem Baumstamm, krochen durch Blattwerken und Unterholz, teilten und vermehrten sich. Ein Flecken berührte einen Stamm und kletterte wie ein leuchtendes Eichhörnchen hinauf. Der Rauch nahm zu, sammelte sich, weite hinaus. Das Eichhörnchen sprang dem Wind auf die Flüge, klammerte sich am nächsten Baum fest und fraß sich nach unten. Unter dem dunklen Blattwerk und dem Qualm erfasste das Feuer den Wald und nagte sich voran. Weite Flächen schwarzen und gelben Qualms reuten stetig zum Meer hinaus. Beim Anblick der Flammen und der unwiderstehlichen Bahn, die das Feuer nahm, brachen die Jungs in schriller, aufgeregter Freundenschrei aus. Als wären sie ein wildes Getier, schlichen die Flammen beuchlings voran wie ein Jaguar, auf eine Reihe von Birkenähnlichen Sprösslingen zu, die einen Granitfelsen säumten. Sie knabberten am ersten Baum, aus den Ästen wuchsen Feuerblätter. Das Herz der Flamme arbeitete sich behendet durch die Lücken zwischen den Bäumen und brannte die ganze Reihe entlang. Unterhalb der umherspringenden Jungs stand eine Viertel Quadratmeine weiten Qualen und Flammen. Die einzelnen Laute, die das Feuer machte, taten sich zu einem Trommelwirbel zusammen, der den Berg zu erschüttern schien. »Da habt ihr euer kleines Feuer!« Überrascht bemerkte Ralf, dass die Jungs einen Anflug von Ehrfurcht vor der Kraft spürten, die unter ihnen freigesetzt worden war, da standen und verstummten. Das Wissen und die Ehrfurcht machten ihn wütend. »Ach, halt's Maul!« »Ich habe die Muschel!« beharrte Piggy verletzt. »Ich habe ein Recht zu sprechen!« Wir sahen ihn gelangweilt an und lauschten weiter dem Trommelwirbel. Piggy sah unruhig in die Flammenhölle und hütete die Muschel. »Das müssen wir jetzt einfach runterbrennen lassen. Und das war unser Brennholz!« Er fuhr sich mit der Zunge über die Lippen. »Da können wir jetzt gar nichts machen! Wir müssen vorsichtiger sein! Ich hab Angst!« Jack riss sich vom Anblick des Feuers los. »Du hast doch immer Angst, du Fettsack!« »Ich habe die Muschel!« sagte Piggy niedergeschlagen. Er wendete sich an Ralf. »Ich hab doch die Muschel!« »Nein, Ralf!« Unwillig drehte sich Ralf von dem prächtigen, schrecklichen Anblick fort. »Was?« »Die Muschel!« »Ich hab das Recht zu sprechen!« Die Zwillinge kicherten. »Wir wollten qualmen!« »Jetzt hört doch mal alle zu!« Eine Rauchwolke zogen meilenweit von der Insel aufs Meer hinaus. Alle Jungs fingen an zu kichern, nur Piggy nicht. Nach einer Weile tobten sie vor Lachen. Piggy platzte der Kragen. »Ich habe die Muschel!« »Hört mir doch mal zu!« »Wir hätten erst unten am Strand Unterstände bauen müssen.« »Es war nicht schlecht kalt in der Nacht.« »Aber kaum«, sagt Ralf Feuer, »schon rennt die johlend und schreit den Berg hier rauf.« »Wie ein Haufen Kinder!« Jetzt hörten sie alle seine Schimpftirade an. »Ihr glaubt doch nicht, dass wir gerettet werden, wenn wir nicht das Wichtigste zu Ärzten machen, und zwar ordentlich!« Er nahm die Brille runter und wollte schon die Muschel ablegen, doch als die meisten der älteren Jungs plötzlich auf ihn zukamen, überlegte er es sich anders. Er hob die Muschel unter den Armen und hockte sich wieder auf den Felsen. »Und dann seid ihr hier und schichtet ein Lagerfeuer auf, das zu nichts Nütze ist. Und jetzt habt ihr auch noch die ganze Insel angezündet. Da werden wir ziemlich dumm schauen, wenn die ganze Insel brennt. Dann gibt's gekochtes Obst zu essen und Schweinebraten. Das ist nicht zum Lachen. Ihr habt gesagt, Ralf ist der Anführer, und ihr lasst ihm keine Zeit zum Nachdenken. Und wenn ihr was sagt, dann rennt ihr los wie, wie...« Erholte Luft. Das Feuer knurrte sie an. »Das ist noch nichts, das ist noch nicht alles. Diese Kinder, die Kleinen, wer kümmert sich um die? Wer weiß denn, wie viele das sind?« Ralf tat einen Schritt vor. »Das habe ich doch dir aufgetragen. Ich hab dir gesagt, du sollst eine Liste machen.« »Wie denn so ganz allein?« rief Piggy entrüstet. »Die haben zwei Minuten still gehalten, dann sind sie ins Wasser gefallen, im Wald verschwunden, sonst was. Woher sollte ich denn wissen, wer wer ist?« Ralf fuhr sich mit der Zunge über blasse Lippen. »Du weißt also nicht, wie viele wir sind?« »Wie denn, wenn die Kleinen rumwuseln wie die Insekten? Und kaum waren die drei wieder da und redet was von Feuer, sind schon alle losgerannt und ich hatte doch keine Chance.« »Genug!« unterbrefte Ralf ihn streng und packte sich die Muschel. »Was nicht ist, ist nicht.« »Und dann kommt ihr alle an und schnappt euch meine Brille.« Jack ging auf ihn los. »Jetzt seid's moll!« »Und die Kleinen sind doch da unten rumgeturnt, wo das Feuer ist. Woher wisst ihr, dass die nicht immer noch da unten sind?« Piggy stand auf und zeigte auf Gfeim und Flammen. Ein Rauen durchzog die Menge. Mit Piggy ging etwas Komisches vor, denn er musste um Luft ringen. »Der Kleine«, japste er, »der mit der Mutter war im Gesicht. Ich sehe ihn nicht. Wo ist der hin?« Die Menge blieb totenstill. »Der, der von Schlangen angefangen hat.« »Er war da unten.« Im Waldbrand explodierte ein Baum. Schlingpflanzen hoben sich für einen Augenblick in langen Bahnen ins Bild, wandten sich unter Qualen und fielen wieder zu Boden. Die kleinen Jungs schrien. »Schlangen! Schlangen! Da schaut mal die Schlangen!« Im Westen stand die unbeachtete Sonne knapp über den Horizont. Die Gesichter der Jungs wurden von unten rötlich angestrahlt. Piggy kippte gegen einen Felsen und klammerte sich mit beiden Händen daran. »Der Kleine mit der Mutter mal im Gesicht. Wo ist der? Er jetzt?« »Ich sehe ihn, Jungs.« Die Jungs blickten einander furchtsam und ungläubig an. »Wo ist der jetzt?« Ralph murmelte verschämt zur Antwort. »Vielleicht ist er schon vorangegangen zum... zum...« Unter ihnen an der schroffen Bergflanke ging der Trommelwirbel weiter. So, ich würde mal sagen, das war schon mal ganz gut zum Aufwärmen. Schauen wir mal, ob ich heute nochmal eine Aufnahme mache. Diese ist an dieser Stelle auf jeden Fall zu Ende. Aber ich würde mal sagen, so als kleine Zusammenfassung. Ja, jetzt wird es spannend und der erste Konflikt bahnt sich an, beziehungsweise, naja, eigentlich ist der erste Konflikt schon im... schon im... schon im... schon im Gange. Längst. Wobei sich das ja noch in Grenzen hält, weil erst einmal der Konfliktauslöser lediglich Piggy ist. Oder die anderen, wie du das siehst. Lieber Zuhörer, kannst du ja gerne, wenn du willst, mal einen Kommentar unter dieses Video hier schreiben. Und ja, das war's soweit. Ich melde mich dann entweder mit der nächsten Aufnahme oder mit dem nächsten Stream. Der nächste Stream ist dann... Ja, der ist heute Abend. Ich streame heute Abend wieder. Also, bis dennne. Bis zum nächsten Mal. Das war's von mir. Bleib schön gesund und pass auf dich auf. Tschüssi. Bis zum nächsten Mal.